Habe ich eine Kirsche, die ich irgendwie essen kann? Ne, eine Kokosnuss, die esse ich mal. Einfach mal vernaschen hier. Ja, genau, das möchte ich haben. Dann kommst du weg. Nein, ich bin nicht wütend. Genau. Dann mache ich erstmal diese Ecke mit einer wunderschönen Ecke. Nein. Genau, dass man denkt, dass ich halt noch mehr Zaun hingemacht habe, wofür das gar nicht stimmt, damit ich einfach nur sparen möchte. Genau, da wollte ich es nicht machen. Nicht. Genau, dann lassen wir das einmal so ein bisschen offen. Genau. Oh, das ist doch schön. So ist das doch schön. Genau. Dann kommt hier, ist hier so ein kleiner Sandweg, der hier dann so ein bisschen lang führt, dass man dann hier nach unten geht. Und dass man dann hier wieder hochkommt. Und da ist mein Haus. Ja. Und das ist schon verkauft. Na dann, einmal kurz das Spiel verlassen und, äh, einmal kurz so verlassen und dann ist das schon verkauft. Alles klar. 17 Stück habe ich noch. Kann ich da einen Baum hinmachen? Glaub nicht, ne? Ah, ich weiß nicht. Generell geht mir das Ganze Unkraut hier auch ein bisschen auf den Keks. Ja, wir brauchen halt auch wieder eine neue Schau. Dann gehen wir erstmal zu mir nach Hause. Ich weiß gar nicht, wohin. Ich weiß gar nicht, wohin. Wir gehen erstmal nach Hause. Genau. Dann will ich meine Sachen erstmal da lassen, die ich nicht brauche. Zum Beispiel Holz und das alles drum und dran. Das brauche ich erstmal nicht. Kirsche brauche ich auf jeden Fall, weil das Essen ist. Ähm, so. Unkraut kann ja erstmal wieder da bleiben. Äh, das kann ich verkaufen. Dann kann ich das auch verkaufen. Hält es all zwei? Ja, super. Äh, nein. Ablegen. Ins Lager. Genau. Alles erstmal abendet ins Lager, bitte. Das brauche ich nicht. Kann ich auch reinpflanzen? Ich glaube, wir kaufen uns heute viele Schaufeln. Das hat ganz schön lange gedauert. Ah, ne. Die Waffe draußen. Die Waffe draußen. Genau. Ähm. Krab, die stelle ich gleich bei Schlepp und Nepp rein hin. Genau, so mache ich das. Kann ich damit auch nochmal ankommen, dass ich das dann auch nochmal verkaufen möchte, weil mir das einfach nur noch relativ auf die Nerven geht mit diesem Waffe. Und auch hier. Währenddessen könnte ich eigentlich auch noch ein bisschen mehr... Währenddessen könnte ich auch ein bisschen mehr Kirschen... Äh, kaufen. Äh, nehmen. Sorry. Genau. Hier fehlt ein Orangenbaum und hier auch. Oh, ich habe das falsch platziert. Ohpala. Kirschen brauche ich sowieso alle. So, was mache ich jetzt als erstes? Mir eine Schaufel kaufen, weil ich jetzt keine Lust habe, mir das selber zu craften. Uhuhu. Ja, zu craften. Ich weiß, dass wir nicht in Minecraft sind, aber... Ist mir relativ schnuppe. Ich werde jetzt hier nochmal ein bisschen, äh... sauber machen, obwohl ich hier eigentlich nichts machen möchte. Der Schlepp und der Bladen wird da sowieso nicht bleiben. Ich habe da sowieso... Ich habe da schon so viel vor, was ich mit diesem Tyreforming wieder machen werde. Weil ich... Das wird denen alles anders ausschauen. Ich habe den jetzt einfach nur da hingemacht, weil ich den einfach da erstmal kurz haben möchte. Ah, Gott. So, hallo, wie auch immer. Ich habe sehr viel für euch. Hier hast du erstmal Unkraut. Dann hast du einen Schädel. Dann hast du hier noch Bärenstein. Sehr gut. Äh, Westennest. Und warum habe ich vergessen, das Schadholz dazulassen? Super, perfekt. Schon wieder wenig Platz da drin. Das war es eigentlich schon. Ja, die 10.000. Ja, das ist doch schon mal ganz gut, ne? Ja, wie viel brauchst du denn noch? Ah, ich wohne noch mehr. Das ist ja wahnsinnig. Was du nix sagst. Oh Gott, ey. Es ist 20 Uhr. Es wird jetzt schon wieder dunkel. Ich könnte heulen. Ja, das ist schon schlimm, sowas. Okay. Ja, mor... Morgens. Aber Melinda ist halt noch nicht da, ne? Aber wer macht das denn eigentlich? Guten Minastik. Ich glaube, da haben die Macher noch nicht so dran gedacht. So, oh, es gibt ja Leute, die noch nicht so weit sind im Spiel. Ich hab vergessen, die Schaufel zu kaufen. Manchmal könnte ich mir Silbers schlagen. Ganz ehrlich. Lass mich in Ruhe, Leute. Ja, ist mir schmitz egal, was du mir sagst. So, lass mich... Lass mich... Lass mich kaufen, ja. Mega hab ich Minuskomme. Das ist grün, ne? Melon-Sche... Ja, okay. Tschüss. Ne, das gelbe Wasser Melone. Wasser Melone? So grün. Ach, ich weiß auch nicht. Melon. Voll Melon. Nämlich so, das ist nur als Melone. Uah. So. Dann korrigier ich das mal hier. Ich ess mal... Was? 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 Einfach ignorieren. So. Dann kommst du auch... Dorthin. Und du. Genau, immer die zweite. Dann kommst du hier hin. Genau, Kirsche. Äh, äh, äh... Kirsche. Kommt hin. Dann brauchen wir noch einen Kirschbaum. Oder nee, doch. Darf mal auch noch einen. Ja, genau. Die möchte ich vergraben. Vergrabe dich gleich, ey. Ah, hier. Ah, der Bau, da, der da. Schwierig. So, das weiß ich ja, dass es wenn dann das hier ist. Eigentlich hätte ich nur eine Kirsche essen. Mensch, mach mir das doch jetzt nicht so schwer hier. Essen. Einfach essen. Einfach essen und die Seele bauen lassen. Okay. Super. Dann hat das ganz gut geklappt und das auch. Genau. Ja. Finde ich ganz gut so. Ich glaube, die werde ich ersetzen durch, ähm, durch Früchte. Aua. Orangenbaum ist. Aber brauchen irgendwie noch andere Früchte. Zum Beispiel Äpfel. Äpfel. Äpfel möchte ich gerne haben. Für sich hier sind auch ganz lecker. Ähm. Ja. Dauert alles ganz schön. Aber ich mag es ja immer sehr gerne genießen hier. Genau. 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 Dann soll das hier ein bisschen frei sein. Wehe. Wehe, die wachsen nicht. Dann rast ich aus. Aber ich tue gerade so, als ob die voll, äh, leiten sind. Was gibt halt auch leider keine Bananen mehr, was mich echt ein bisschen ärgert. Könnte ich die hier so hin machen, ne? Ah, 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 Unkraut. Ich kann nicht mehr mit euch. Dann kommst du da hin. Dann kommst du hier hin. Genau. Und es ist halt so ein kleiner Balk, würde ich sagen. Dass es denn da so ein bisschen, äh, abgehöbelt ist. Ach so, ja. Kokosnospen. Hab ich gerade gar nicht gemerkt, dass ich da jetzt irgendwas reingemacht habe. Dann essen wir mal alle. Das dauert aber auch ein bisschen lange, ne? Muss ich sagen. Ja, schmatzig, schmatz, schmatz. Schmatzig, schmatz, schmatz, schmatz. Schmatzig, schmatz, 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 schmatz. Oh. Bis du mal fertig bist, ja. Okay. Dann machen wir das ganze Unkraut hier einmal weg. Dann kommen da auch wunderschöne Blumen hin. Ich glaube, die Blumen, die da sind, die entferne ich. Weil, es sind da jetzt wieder andere Samen da. Genau. Jetzt möchte ich gerne versuchen, ob man das hierher machen kann. Ich glaube nicht. Ja. Hier denn so? Ja, perfekt. Den kann man denn da hin machen. Dann sieht das denn auch schön aus. Dann mache ich das am besten. Warum geht das denn aus? Mensch. Dann sieht das ja schon ein bisschen vielversprechend aus. Wenn mein Haus weg ist, dann wird es besser ausschauen. Was soll das denn mit Lachen? Ich nehme ja Silber nicht mehr mit dir. Okay. Dann sieht das ja schon ganz gut aus hier. Äh, äh, ähm. Genau. So, Wackelachs. Äh, Wackel, Wackelschaufel oder keine Ahnung. Und du auch noch. Bitte. Seid einfach normale Lautbäume. Verdammt. Hä. Aber ich glaube, so viele brauche ich auch nicht mehr. Glaube ich. Ich glaube, so viele brauche ich nicht. Aber ich glaube, dann halt nur noch einen. Wie immer. Obwohl. Ne, brauche ich gar nicht. Ach, das ist das Teil. Ich dachte, das ist gewittert gleich bei was ich auch mal so alles denke. Und dann mache ich mal die ganzen Blümchen weg. Ja, die können, glaube ich, so bleiben. Das ist mir relativ egal. Genau. Dann kaufe ich noch andere Samen. Kann ich die ja erst mal hier so ein bisschen hier hin machen. Und auch ein bisschen gießen, damit die dann halt eine gute Blume züchten können. Genau. Der Ballon muss auch gegossen werden. So muss das, Leute. Oh. Dich habe ich noch nicht. Dich habe ich noch nicht. Dich habe ich noch nicht. Komm her. Ich weiß, dass ich nicht habe. Ja. Natürlich. Oh. 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 Okay. Jetzt wären wir neu. Blumensam. Genau, so war das. Okay, dann gucken wir erst mal, was ich für hier habe. Ah, hier. Ach so, weil ich jetzt Insekten gefangen habe. Cool. So. Hallo. Nein. Den nicht. Das kannst du gerne haben. Befehlstack. Nein. Das ist doch nicht. Wollt ihr einen Kirschbaum haben? Ich weiß gar nicht, was damit gemeint ist. Deswegen würde ich einmal das hier kaufen. Fünf Stück reichen. Nicht ganz. Deswegen nochmal. Genau, und ich nehme mal die mit hier. Deine. Deine. Ja, ich würde alles hier haben. Ah, nein, die wollte noch eine. Animal Crossing macht immer so einen Strich durch meine Rechnung. Das ist immer so ekelhaft. So. Eine möchte ich haben. Danke. Tür. Okay. Ist trotzdem schön. Muss ich sagen. passt. Ich will nur an insbesondere. Dann schiff uns keine. Kannst du dannunya Anbetradастchen? Steu ich mir. Dann schiff los. Also schiff los. Dann schiff los. Dann vermehren die sich halt Ja okay Dann ist das halt auch schon mal getan Also diese kleine Fläche haben wir jetzt halt hinbekommen Finde ich eigentlich ganz schön Was könnten wir denn am besten hier hin machen Die Hilfswerkbank Würde ich Hier hin machen Genau Am besten so hin Ey diese auf Nein Oh mein Gott Sowas Sowas Catcht mich immer richtig Hart ab das geht gar nicht Okay So dann haben wir das Okay so Leute Man sieht sich bei einer weiteren Folge von Animal Crossing New Horizons Ich wünsche euch noch einen wunderschönen Tag Nicht so der wie bei mir Und man sieht sich dann bei einer weiteren Folge Bis dahin sag ich Bye 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 Vielen Dank.